Videopost von Krausini Liebes YouTube, kaum ist Pfingsten vorbei, springst du schon wieder im Dreieck. Ach nein, das bin ja ich, aber wegen Bier. Mal wieder hattest du eine tolle Idee. Ab sofort können Fans ihre YouTuber mit einem monatlichen Abo-Betrag unterstützen. Cool, geil, wow. Diese Idee hatte Whitney zwar schon vor Monaten, aber nun ja, manchmal leben eben Todgesagte in anderen Körpern länger. Oder so. So lässt sich zum Beispiel künftig Julian Barben für 4,99 Euro pro Monat von seinen Fans supporten. Wow, bei 4,7 Millionen Abonnementen. Wenn da nur ein paar Prozent davon mitmachen, ist das eine geile Sache für ihn. Und vor allem für sehr kleine YouTuber ist das cool, weil sie dann ihre Kreativität ausleben können und sich neues Equipment... Und was? Äh, achso, das Tool ist erst für YouTuber, die mindestens 1000, äh, 10.000, äh, nein, 100.000 Abonnenten haben. Ach, YouTube, du überraschst mich immer wieder. Leck mich am Arsch. Toni... Toni... Körsini... 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 Vielen Dank.